Hallo YouTube! Ja, willkommen auf meinem Kanal. Das ist so eine Ansage, ne? Und, äh, nein. Ähm, ja. Also, ich wollte sagen, hier steht es auch schon geschrieben, bald wird ein zweiter Kanal geöffnet, wo Let's Tests kommen werden. Das ist die Ansage, ne? Also, Ja, wann das ist, weiß ich auch schon. Das ist, ähm, ähm, muss ich den Kalender gucken. Am, 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 am 13. September wurde der Kanal erstellt. Heute ist 11. September, aber ich mach das am 12. September, da ist es so. Äh, also dieses Video, ne? Und, äh, ja, am 13. September kommt der Kanal. Was auch. Also, der Kanal, äh, der Name heißt dann MSVOKABO, AET, also für Let's Tests, ne? Und, äh, am 16. September kommt das erste Video. Und, ja. Und, ja. Das erste Video, äh, also nicht das Video, äh, mit, äh, mit, äh, so einer Ansage, sondern, ja, okay, bei dem Anknackert auch so eine Ansage. Wird auch da passieren, ähm, genau das gleiche Datum, ne? Das gleiche Video. Ja. Ja. 16. Äh, nicht das gleiche Video, ähm, wir haben das Video, wenn ich den Kanal erstellt hab. Ja. Und, äh, das Hintergrund kommt ein paar Tagen später, vielleicht paar Wochen. Und, ähm, was ich noch sagen. Heute, äh, hm, was ich noch sagen. Ah, ja, das erste Let's Play, äh, wird, äh, Let's Test, wird, äh, Drakenzen sein. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht auch nicht. Ähm, das wird dann am 16. hochgeladen. Wie gesagt, äh, und, ja. Dann mach ich das auch. Ja, nach Tarkensin kommt auch noch ein Let's Play von, ähm, ähm, von, ähm, wie heißt das? Äh, Sido Clash. Kennt ihr das auch? Also, davon mach ich auch noch einen Let's Test. Tarkensin wird dreiteilig sein. Ihr seht ja auch, ihr seht ja auch gerade, dass ich hier gerade was verändern, ne? Hoppala, das wird ja schon rund um die Zeit. Scheiße. Und, ja. Hier. Könnt ihr das sehen. Also hier steht zum Beispiel, habe ich meinen eigenen Plan gemacht, was, äh, hochgeladen wird. Also, morgen, äh, kommt, äh, Obleven. Und diese Hand, und dieses Video, ne? Und dann, Staffel 5, C, äh, 5, alle Wiese, äh. Spock und Schwarz 2, Define D2, Wiesen 2, und eins mit 2, Alter. Das ist ja auch ein Zufall. Obblieben. Und obblieben, ja. So, ja. Nicht da unten, nein, und, äh, Spawnish, ja. Äh, Spoilerish. Entschuldigung, ich wollte schon mal, hä? Ich war gerade, hä? Spawner? Weiter Film. Äh, ja. Steht auch, äh, als Blaze laufend, ähm, äh, äh. Hä, kommt der nicht abgeschlossen? Ach so, das habe ich noch nicht geändert. Äh, das, das habe ich ja, äh, abgeschlossen. Also, das ist das letzte. Schluss aufs Ende ist das letzte, ähm. Ja. Skyrim, Machinarium, kommt noch. Und, das ist genau das Datum, was anders kommt. Äh, ich weiß, dass das Facebook nicht funktioniert hier, ne. Und, äh, ja. Und, ja, die meisten gucken ja mal dieses hier an. Wegen den guten Hintergrund, finde ich. Habe ich gut gemacht. Wer, wer dazu was sagen will, sagt es ruhig, in diesem Video. Und, ja, was können wir denn noch so sagen? Ja. Ja, sonst können wir nichts sagen. Also, viel Spaß mit dem neuen Kanal. Und, ähm, ja. Dann werde ich das nächste Video bei meinem neuen Kanal machen. Ciao. Ciao.